Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Ihr Grace hat noch ein paar Sachen für uns. Und zwar erst mal irgendwelche Mitteilungen scheint sie noch zu haben. Hast du für mich Messungen? Deine Großmutter hat geholfen. Sie hat gesagt, sie hat dich vermittelt, um zu stoppen und durch deinen Vater's Dinge zu gehen. Hm, okay. Der Mann aus Deutschland hat wieder Wolfgang Ritter geholfen. Jetzt ist er ein Relativ von deinem. Interessant. Hast du für mich Messungen? Ich habe immer wieder geholfen. Kann ich das Telefonnummer für Wolfgang Ritter bekommen? Sure, I'll give it to you when we're done talking. Okay, sehr schön. Mal sehen, ob wir da nachher noch anrufen. Could you do some research for me? Sure, what? I have a pattern I need you to research. How interesting. What is it? It's a reconstruction of the tracing they found around the murder victims. The ones done in flour and blood. Yuck, you shouldn't carry this kind of thing around. Who knows, what these symbols mean? Well, wear your evil banishing gloves if you want, but check it out for me, would you? Well, I'll see what I can find out. Okay, sehr schön. Anything else? Äh, nee, sonst war's das erstmal. Okay, I can't find anything. Gut. Here's that Telefonnummer. Fact. Rufen wir jetzt gleich an, oder? Warten wir noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Wolfgang Ritters Phone-Nummer. Written in Grace's pretty scroll. Ja, gut. Dann, ähm, gehen wir als nächstes, äh, als erstes hin. Ich würde sagen, wir gehen mal bei Mausley vorbei, wegen diesem Fall. See you later. See ya. Ach, unser Napoleon-Haus, hab ich ganz vergessen. Das ist ja auch noch da. Nee, wir gehen erstmal zur Polizeistation. Ich würde gern mal wissen, was da Sache ist, wegen diesem, äh, Fall, der schon abgeschlossen sein soll. Das kann ja nicht sein. Night, hate to tell you this, but you're out of a book. The Voodoo Murders case has been closed. I had a feeling you were gonna say that. Son of a bitch. So, dann plaudern wir doch mal mit ihm. I had to tell you, Bud, I'm pretty pissed off about this K-Speaker club. You guys are making a big mistake. Hey, I'm not any happier about it than you are, Night. But I've got my orders. So. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen, ein paar neue Sachen zum Erzählen. Ja, zum Fragen. Habt ihr nichts über Vevees? Was? Vevees. Sie sind ritualistische Pattern, die in Voodoo benutzt. Du weißt, wie die Marken, die rund um den Körper gefunden haben. Du weißt, was das Department sagt über das, Night. Das Voodoo-Stuff ist faked. Ja, well, sie sind falsch. Diese Vevees. Schau, stopp, über die Marken. Ich glaube, sie sind nicht relevant. Ja, klar. Was wissen Sie über Black Voodoo? Black Voodoo? Das klingt wie ein Put-on für mich. Das klingt wie ein Put-on für dich. Das klingt wie ein Put-on für dich. Du weißt, Gumbo? Nein, ich sag, Dambala. Das klingt wie ein Put-on für dich. Oh, komm mal. Somebody's pulling your leg, Night. Are you sure? Ain't nothing secret about Voodoo in New Orleans. There's a museum, for Christ's sake. Yeah, but that's the stuff they want you to see. You're getting mighty paranoid, Night. Can you tell me anything about a... I told you. Ja, okay. Geht nicht. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Say what? Ogun Badagri. It's a Voodoo Loa. Speak English or shut up, Night. Sorry, didn't mean to confuse you. Guess I'll take that as a note. Okay. Gibt's da was Neues? What do you want to talk about that for now? We're not doing the book anymore. Besides, you already know too much about me, Night. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I got seven bodies and still no leads. The Voodoo angle is worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The Voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to... Prove that there's a legitimate Voodoo cult in Narlans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Man, God. How can I convince you to reopen the case? I already told you. You still need to... Prove that there's a legitimate Voodoo cult in Narlans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Okay, so kriegen wir es also auf. Wir müssen ihn überzeugen. Ähm... Haben wir was, um ihn zu überzeugen? Was ist das? Ja. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, oder? Ja, das dachte ich mir. Aber wie wär's mit diesen Zeichen hier? You know those marks you found around the murder victims? This is a reconstruction of the whole pattern. What makes you think, this is an accurate reconstruction? Well, I borrowed the partial patterns from your police file and did my own tracing of the pattern at Lake Palm to train. An architectural artist reconstructed it for me from the partial. Really? So this is the whole pattern, huh? That's pretty good work, Knight. But that doesn't prove that this pattern is really connected to Voodoo. That doesn't prove anything. Nee, sonst haben wir im Moment nichts. Also wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Beweise. Gut, dann gehen wir erstmal wieder. Aber wir kommen wieder. Mit weiteren Beweisen. Wo gehen wir dann als nächstes hin? Dann schauen wir mal, ob diese Moonbeam jetzt offen hat. Ich hab nämlich keine Ahnung, was für ein Tag ist. Obwohl, das hätte man aus der Zeitung, glaube ich, raus erfahren. Naja, egal. Okay, das geht also immer noch nicht. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir könnten da mal vorbeischauen. So, was haben wir da? Ein unglücklicher Merden. Ein unglücklicher Mensch explodiert die Gefahr, dass er alleine trinken ist. Äh? Geht er wieder raus? Da ist auch schon wieder so ein Trommler. Ähm. Das ist Napoleon wahrscheinlich. Da ist Sam und da ist Markus. Okay. Reden wir erstmal mit dem Barkeeper. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Oh, ganz schön viel, was hier los ist. Tell me about yourself. Ein guter Barkeeper hört auf andere Menschen's Lebensstorien, ohne seine eigene zu erzählen. Hi, wie geht's? Es ist schon schlimmer geworden. Beziehungsangebote? Einige. Mostly Lokale, wie immer. Hast du schon immer getrennt, um einen Bar zu leben? Ich habe nie gedacht, dass es nichts anderes tun. Das Wetter ist ziemlich krass hier heute. Ich weiß nicht. Ich werde nie rauskommen, bevor es es so ist. Das sieht aus wie eine lebendige Gemeinde. Lebendige Gemeinde sind ein Problem. Diese Leute sitzen und trinken. Das macht mich glücklich. All diese Spiele über Voodoo. Was kannst du mir über Knowledge erzählen? Du solltest wahrscheinlich ein Buch auf dem Thema finden, du weißt? Was kannst du mir über Voodoo erzählen? Voodoo? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich habe damals eine Trink genannt, die Laveau's Tomb, aber es war nicht sehr populär. Einige Leute glauben, aber auch einige unserer Regulärer hier bei Napoleon House. Okay. Was wissen Sie über Voodoo? Es ist überall auf die Papier. Einige Art von Serial-Killern. Was wissen Sie über Voodoo? Sie sagen, dass viel Voodoo ist neben den Körper. Was wissen Sie über Voodoo? Jeder spricht über sie. Es beginnt die Touristen. Was ist die Signifikanz von St. John's Eve? Ich weiß nur, dass es ein Voodoo ist. Was ist die Signifikanz von St. John's Eve? Die Leute, die in diesen Sachen glauben, denken, dass es eine wirklich spezielle Nacht ist. Magisch. Ja, gut. Die anderen Zeugern können wahrscheinlich nicht viel sagen, aber wir probieren es trotzdem mal. Weißt du nichts über St. John's Eve? Was über sie? Nein, nur was über sie. Ha, du hast die witzige Fragen gefragt. Ich weiß nichts über St. John's Eve. Wo? Weiß er darüber was? Habt ihr immer von Marie Laveau gehört? Natürlich. Sie ist ein bisschen der Patron-Saint von Voodoo in Nahrland. Ich weiß nicht viel über sie, aber die Touristen sind sicher auf all diese Sachen. Habt ihr immer von Marie Laveau gehört? Es gibt ein Voodoo-Museum in der Stadt. Sie wissen mehr über sie als ich. Ich weiß nicht. Habt ihr nichts über Tiermasken? Komm, Mardi Gras. Du siehst hier verschiedene Masken. Habt ihr nichts über schwarzen Voodoo? Schwarzen Voodoo? Nein. Ich würde lieber nicht über diese Sachen denken. Persönlich. Kriege, Perversie, Weirder. Das macht mich einfach überraschend. Hat der Name Ogun-Badagri nichts für dich? Ich habe es nie gehört. Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Kannst du mir nichts über eine schwarze Voodoo-Houndfall? Bist du schuldig? Hier oben? Ich hoffe, sie sind nicht trinken. Wenn sie sind, würde ich nicht, dass jemand in seiner richtigen Meinung einen wollen. Die Fresse Capri-Saint-Cole bedeutet dir nichts für dich? Ich habe es nie gehört. Okay, jetzt haben wir noch das hier. Das hier, Barb Patrons und die Street Musicans. Das ist ja hier neu, das fragen wir mal. Gibt es sonst noch etwas über den Musiker zu sagen? Okay. Und jetzt nehmen wir noch das hier. Okay. Und jetzt nehmen wir noch das hier. Okay, Sam und Voodoo. Sam, das war doch auch dieser Goldschmied, wo wir aus der Zeitung gehört haben. Oder gelesen haben. Der, wo uns vielleicht das Ding machen könnte, vielleicht. Eventuell. Okay. Okay. So, das ist doch was hier? So, das ist doch was hier. So, es ist doch was hier? Das ist doch was hier? Die Leute, die man sieht, sind meistens regulär. Das Mann und Frau in der Kohnen kommen hier oft. Wenn sie nicht kämpfen, sie sich über die anderen. In anderen Worten, sie sind in Liebe. Was kann ich sagen, was ihr regulär hier? Ich würde dich regulär, Gabe. Und eine unsererwelierung im Rieders. Und auch Celebrities. Wir sind hier jetzt 10 Jahre lang gekommen. Oh, nicht mich erinnern. Wir warten noch auf diesen Bestseller. Nicht deine Worte. Was kannst du mir erzählen über deine Regulärer hier? Das ist alles, was ich über diese Kunde sagen kann. Entschuldigung, ich liebe dich, dass du dein Spiel verhörst. Aber ich kann dir ein paar Fragen stellen. Welches Spiel? Das ist kein Spiel, das ist ein Schlauch. Er ist richtig, du weißt. Also lasst mich in Frieden sterben, würde ich? Du kommst hier sehr, nicht wahr? Jeder liebende Tag in meinem Leben, seit 20 Jahren. Nichts wie ein gutes Spiel mit Schuss, hm? Das ist kein gutes Spiel, das ist Tortur. Oh, naja, mach Spaß. Ich glaube nicht, dass er das haben wird. Nun gut, dann müssen wir wahrscheinlich dem Sam irgendwie helfen. Sorry, dass ich dich verhörst, aber kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich bin nicht der Chatty-Type, bin ich, Sam? Nein, du altes Bistad, bist du nicht. Außerdem bin ich beschäftigt, dass ich den verhörteren Sam drehe. Geh jemanden zu anderen. Du bist ein wirkliches Lieber, Markus, du Bistad. Nun gut, dann gehen wir erst mal wieder. Aber wir kommen wieder. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde auch mal erst mal wieder ins Voodoo Museum gehen. Da haben wir ja auch noch ein paar Fragen. Hallo, Dr. John. Glückwunsch, dass du uns zurückgekommen kannst, Herr Knight. So, da haben wir bestimmt noch eine Frage wegen diesem geheimen, ähm, wie heißt? Kann ich dir noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich finde auch, dass ich... Genau, dieses Voodoo-Hundfall. Wissen Sie nichts über einen secreten Voodoo-Hundfall? Geht nicht so schrecklich, Herr Knight. Die Voodoo-Kirche in der Stadt haben keine Sicherheit für die Sicherheit. Ja, gut, das war's dann auch schon. Bis jetzt. Komm zurück. Aber es war klar, dass er nicht irgendwie drüber redet. Dann gehen wir noch kurz zu Jackson Square. Gibt's hier was Neues? Da ist ja immer irgendwie was Neues. Oh, das ist Crash. Das ist Crash. Der Mann aus Mosley's Office. Wo geht er denn hin? Oh, ist da drüben was? Ne, das ist noch eine Bank. Hey, Crash, warte auf! Crash sieht nur Angst, und er geht weiter. Oh. Äh, sie ist immer noch nicht da. Es ist Crash. Hey, Crash, warte auf! Crash sieht nur Angst, und er geht weiter. Oh. Hm, ich weiß nicht, was er da ist. Geht da irgendwo Bestimmtes hin, wo wir ihn verfolgen können? Oh, das hört sich nicht gut an. Aber er geht immer wieder weg, sobald wir, äh... Oh, ich glaub, da können wir wohl nichts machen. Hey, Crash, warte auf! Crash sieht nur Angst, und er geht weiter. Oh, ne, da scheint man nichts machen zu können. Der haut dann immer wieder ab, sobald wir in der Nähe sind. Hm, und gut. Dann kommen wir vielleicht später nochmal her. Aber erst in der nächsten Folge, oder in der übernächsten Folge. Auf jeden Fall sag ich mal dann, danke fürs Anschauen, macht's gut, und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020